Hallo, ich bin jetzt in Photoshop und ich will Ihnen jetzt ein bisschen zeigen, wie ich aus Vectorworks, aus dem Rendering sozusagen ein Bild erzeuge. Sie sehen hier das Cover meines Buches. Ich gehe mal hier ein bisschen an die Fassade ran. Und das Entscheidende ist jetzt, dass wir hier auf den Fensterflächen sowohl Spiegelbilder haben, als auch transparente Teile. Das heißt, wir können so ein bisschen die Räume dahinter sehen. Auch hier sehen Sie ein bisschen die Kanten des Raumes, hier den Vorhang. Aber es gibt auch das Spiegelbild, es gibt eine Überblendung von dem Ganzen. Jetzt haben wir gesehen, dass es in Vectorworks nicht besonders einfach ist oder nicht geht eigentlich, dass es sowohl spiegelt als auch transparent ist oder beziehungsweise es lässt sich sehr schlecht steuern. Und ich habe jetzt sozusagen, dadurch, dass ich ja Photoshop zur Verfügung habe, auch in jedem normalen Büro gibt es irgendwie Photoshop, habe ich jetzt die Möglichkeit, Photoshop zu benutzen, um diese Überblendung ein bisschen geschickter herzustellen. Alles, was ich dazu brauche, ist die Möglichkeit, möglichst schnell die Fensterflächen auswählen zu können, damit ich eine Maske habe. Und da ist nun auch so, dass in Renderworks, in der Vectorworks 2011-Version, noch keine Masken für einzelne Objekte gerechnet werden können. Ich habe das dann so gelöst, dass ich eine Variante gerendert habe, die das Spiegelbild in Reinform zeigt. Wie ich das gemacht habe, sehen Sie in dem Teil, der sich mit Vectorworks beschäftigt. Und dann gibt es ein Rendering, was sozusagen die Raumsituation hinter den Fensterflächen zeigt. Das heißt, die Fenster sind transparent. Das ist sozusagen der zweite Zustand dieses Bildes mit transparenten Flächen. Und dann gibt es dazwischen geschaltet ein Rendering, was nur dazu da ist, um besonders leicht diese Fensterflächen auswählen zu können. Dazu hatte ich in Vectorworks die Fensterflächen, also das Glasmaterial, auf rote Farbe gestellt. Also das ist sozusagen eine Hilfszeichnung, wobei die ein paar sehr schöne Facetten hat, die ich vielleicht noch gleich im Composing benutzen möchte. Nämlich die Oberfläche dieser Fassade ist ganz schön. Aber trotzdem, das ist zunächst einmal dazu gedacht, dass ich die Fensterflächen leicht auswählen kann. Das Rendering konnte sich dann in Renderworks, also in Vectorworks, beschränken auf einige wesentliche Aspekte. Also wichtig war das gute Anti-Aliasing. Die Beleuchtungssituation selber ist nicht so besonders wichtig. Das heißt, es durfte hier ruhig dunkel sein. Wichtig ist, dass die Fensterflächen eben dieses reine Rot haben. So, und das allererste, was ich jetzt in Photoshop mache, ist, ich mache aus diesen roten Flächen eine Maske, die ich dann später dazu benutze, diese beiden anderen Ebenen hier nochmal zur Erinnerung zu überblenden. Gut, also, ich gehe auf diese Ebene, wähle das Zauberstabwerkzeug-Taste W und habe jetzt hier oben irgendeine Toleranz benachbart, ist nicht angeklickt. Ja, da ist es nicht angeklickt, weil ich natürlich alle roten Flächen auf einmal auswählen möchte. Das heißt, ich klicke jetzt hier irgendwo rein. Und man sieht, dass es nicht ganz funktioniert. Ich gehe mal hier dran und schaue mal, ob ich mit gedrückter Shift-Taste da nochmal reinklicken kann. Und siehe da, jetzt ist hier alles ausgewählt. Hier fehlt noch ein kleiner Teil. Jetzt ist das auch ausgewählt. Und erstaunlicherweise hat das auch dazu geführt, dass die dunkleren Stellen vom Rot, denn ein bisschen, schon geht diese Rotfläche ja schon sozusagen, mit ausgewählt ist. Ja, also das geht relativ leicht, wie Sie sehen. Ich drücke mal die Taste Q, um in den Maskenmodus zu kommen, der natürlich dadurch, dass er mit Rot abdeckt, nicht so besonders geeignet ist. Aber trotzdem kann man vielleicht hier sehen, dass es doch ganz gut funktioniert. Und sowieso, nur nochmal zur Erinnerung, dieses Spiegelbild ist ja nicht so leicht zu erkennen. Das heißt, ob die Auswahl dieser Maske jetzt ganz präzise ist oder nicht, ist eigentlich nicht so wichtig. Es geht ja tatsächlich am Ende bloß um die Überblendung von zwei Bildern. Insofern geht es hier auch nicht um Nanometer-Genauigkeit. So, wie mache ich jetzt daraus eine Maske? Zunächst einmal speichere ich diese Auswahl und nenne das Ganze Fenster-Maske. Es wird ein neuer Kanal. Sie wissen schon, eine gespeicherte Auswahl wird als sogenannter Kanal abgelegt. Ich kann mir das dann hier angucken. Da ist das Ding. Und das soll mir jetzt auch genügen. Ich kann mit STRG-D die Auswahl aufheben. Moment, ich muss meine RGB-Kanäle wieder aktivieren. Man kann auch diese Ebene jetzt erst einmal schließen, beziehungsweise ausblenden. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo will ich diese Maske jetzt genau haben? Ich möchte die Maske jetzt dort haben, wo ich dieses Spiegelbild sehe, denn das Spiegelbild ist das, was ich sozusagen langsam raussteuern möchte aus dem Ganzen. So, dazu schiebe ich diese Spiegelebene mal nach oben und mache diese Ebene da drunter auch sichtbar, die mit den Transparenzen. Und jetzt brauche ich ja sozusagen, da die Fassade in beiden Bildern gleich aussieht, also alles außer den Fenstern sieht in beiden Bildern gleich aus, geht es also wirklich nur um die Fenster. Ich muss also auf dieser Ebene, die die Spiegelung enthält, eine Maske einfügen, die die Spiegelung zunächst einmal komplett abdeckt. Dann kann ich diese Maske durch ihre Deckkraftsteuerung dazu bringen, dass sie nicht ganz so deckend ist. Und dann sehe ich halt auch wieder die Rauminnenseiten oder die Rauminnenflächen da drunter. So, ich mache das mal jetzt so, dass ich diese Ebenenpalette hier reinziehe und ein bisschen alles größer mache, damit man das besser sehen kann. Bedienfeldoptionen, große Miniaturen. So, jetzt kann man alles schön gut sehen. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich für eine aktive Ebene eine Maske? Dazu gibt es ja hier unten diesen kleinen Button, Maske erzeugen. Aber ich möchte zunächst einmal in der Kanälepalette diese Fenstermaske laden, also diese gespeicherte Auswahl. Das mache ich einfach durch Drücken der Befehlstaste oder Steuerung, je nachdem, auf welchem Rechner Sie arbeiten. Sie sehen schon, dass sich hier das Zeige-Icon so ein bisschen verändert. Moment, ich wollte eigentlich Ihnen das besser zeigen können, aber das geht so einfach nicht. Jetzt haben wir es da. Sie sehen, dass das Icon sich so ein bisschen verwandelt. Es gibt so ein kleines Rechteck dabei. Also, gedrückte Steuerungstaste da draufklicken. Wo bemerkt, Sie lassen die Kanäle aktiviert, sonst können Sie nicht weiterarbeiten. Und es geht auch nicht darum, diese Maske hier zu aktivieren, sondern sie sozusagen zu laden als Auswahl. Das habe ich hiermit getan. Also, ich habe mit der Steuerungstaste da draufgeklickt. Und damit habe ich diese Maske oder diesen Kanal als Auswahl geladen. Jetzt gehe ich zurück in meine Ebenen. Da bin ich. Und jetzt kann ich mit dieser aktiven Auswahl, die ja zunächst einmal ebenen-unspezifisch ist, eine Maske erzeugen. Dazu klicke ich jetzt hier unten auf diesen kleinen Button. Und schau mal, was passiert. Und wie Sie sehen, habe ich jetzt hier eine Maske. Das kann man ganz gut in der Miniatur sehen. Die alles abdeckt, außer den Fenstern. Das war natürlich jetzt genau das, was ich nicht wollte. Ich wollte, dass sozusagen die Fensterflächen abgedeckt werden. Und damit die Spiegelungsflächen zunächst einmal unsichtbar werden, dieser Ebene. Also, es ist gerade falsch rumgelaufen. Ich drücke STRG Z oder Befehl Z. Und jetzt klicke ich nochmal auf diesen Button mit der gedrückten Alt-Taste. Und siehe da, die Maske ist invertiert. Ich habe jetzt also hier eine solche Maske. Wenn ich mit gedrückter Alt-Taste auf die Miniatur klicke, dann kann ich die auch in groß sehen. Und noch einmal sehe ich wieder das richtige Bild. Also, ich habe jetzt sozusagen eine richtige Maske. So, und jetzt zoome ich hier mal rein. Und jetzt geht es nämlich darum, das Ganze fein zu tunen. Ich möchte also das Spiegelbild halt schon sehen, aber natürlich nicht deckend. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Also, man kann die Maske selber bearbeiten. Das mache ich auch gleich eigentlich. Ich möchte nämlich, dass es nicht überall in gleicher Weise abgedeckt wird, sondern dass es einen Verlauf gibt. Aber zunächst einmal schauen wir mal in der Palette mit den Masken nach, in der Maskenpalette. Und jetzt kann ich die Dichte dieser Maske zum Beispiel runterregeln. Sie können jetzt hier an diesem Regler den Schwarzteil dieser Maske, also der, der für die Abdeckung zuständig ist, können Sie sozusagen in der Deckkraft reduzieren. Und damit bekommen Sie dann irgendwann wieder Ihre Transparenz zurück. Sehen Sie, jetzt ist es komplett transparent. Ist ein bisschen duster, aber trotzdem. Und wenn Sie das Ganze auf Null drehen, dann sehen Sie nur die Spiegelung. Und dazwischen ist halt alles möglich. Sie wissen, dass Sie auch direkt auf das Wort Dichte gehen können. Dann gibt es so einen kleinen Doppelpfeil. Und Sie können hier ein bisschen herumregeln, wie es Ihnen gefällt. So, jetzt könnte man das Ganze hier so lassen. Ich möchte es jetzt noch ein bisschen feiner machen. Nur so zur Information. Sie können ja auch in Masken noch Verläufe anlegen. Dazu möchte ich die Dichte zunächst einmal wieder auf 100% stellen, da wir sowieso gleich mit einem Verlauf innerhalb der schwarzen Flächen arbeiten werden. Ich mache das Bild mal ein bisschen kleiner, damit das besser geht. Und jetzt ist meine Idee natürlich gewesen, dass die Transparenz dort, wo ich orthogonal auf die Fensterflächen schaue, nämlich hier, möglichst hoch ist und dass sie zu den Rändern abnimmt und dort das Spiegelbild immer stärker wird. Das wäre in der Natur oder in der Wirklichkeit auch so. Also da, wo Sie frontal auf eine Scheibe draufschauen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie durchgucken können, noch am höchsten. Und je weiter der Seewinkel sozusagen abdriftet aus der Orthomodalität, desto spiegelnder wird das Ganze. Ich kann jetzt also sozusagen, statt eine Linearmaske zu haben, die einfach nur alles abdeckt, kann ich auch innerhalb dieser abdeckenden Flächen einen Verlauf haben. Der müsste dann hier weiß sein oder, sagen wir mal, Quatsch, der müsste hier schwarz sein, Entschuldigung, und zu den Rändern hin heller werden. So, dazu gibt es zunächst einmal grundsätzlich bei den Verläufen die Möglichkeit, also erst einmal muss ich das Verlaufswerkzeug aktivieren, dann muss ich hier oben reinklicken, ich möchte natürlich einen Schwarz-Weiß-Verlauf haben. Und da gibt es ja die Möglichkeit, keinen Linearverlauf zu haben, sondern einen sogenannten reflektierten Verlauf. Das heißt, den Verlaufsvektor, den Sie zeichnen, der wird dann symmetrisch auf die andere Seite auch gezeichnet. Das probieren wir jetzt mal aus. Zunächst einmal möchte ich wieder das Bild sehen. Ich klicke wieder mit der gedrückten Alt-Taste auf die Maskenminiatur und kann jetzt hier mit gedrückter Command- oder Steuerungstaste auch wieder reinklicken. Auch dann bekomme ich diese Auswahl, diese Ameisenauswahl. Und jetzt habe ich all die schwarzen Flächen ausgewählt, beziehungsweise falsch, die weiße Fläche habe ich ausgewählt. Und jetzt kann ich die Auswahl invertieren, Steuerung, Shift, I. Dann habe ich genau das ausgewählt, was ich jetzt für den Verlauf auch benutzen möchte als Fläche. Und jetzt nehme ich diesen Schwarz-Weiß-Verlauf in diesem Modus Reflektierter Verlauf und zeichne den mal. Ich gehe also hier in die Mitte von dem Fenster und zeichne den jetzt mal ausgehend von dort nach rechts. Und jetzt sehen Sie ganz gut, dass die Transparenz hier an dieser Stelle relativ groß ist. Und hier ist die Spiegelung relativ groß, also fast maximal. Man kann sich das jetzt auch angucken. Da sehen Sie, wie das aussieht. Okay. So, jetzt möchte ich nicht, dass die Spiegelung hier perfekt zu sehen ist. Das wäre im Moment so, weil es hier ja weiß ist. Ich möchte auch nicht, dass ich hier die Spiegelung gar nicht mehr sehe. Das heißt, ich kann also eigentlich nicht mit Schwarz starten. Also mache ich das Ganze nochmal rückgängig. Und gehe zunächst mal wieder in mein Bild. Und jetzt knöpfe ich mir diesen Verlauf nochmal vor. Ich möchte also nicht, dass der bei Schwarz anfängt, sondern dass der bei Grau anfängt. Ich kann also hier reinklicken und kann jetzt hier sagen, ich hätte ganz gerne nicht Schwarz, sondern zum Beispiel 50R, 50G und 50B. Vielleicht noch ein bisschen heller. So, und der darf am Rand ruhig weiß werden. Ich kann aber auch hier, um mich besser orientieren zu können, einen hellen Grauwert eingeben, damit es eben am Ende nicht weiß wird, sondern nur hellgrau. Denn wie gesagt, ich will ja die Spiegelung nicht komplett abdecken. So, jetzt habe ich also so einen Verlauf. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen zu wenig dramatisch. Ich gehe jetzt also hier nochmal ein bisschen runter. Ich mache das jetzt mal so. So, 75. Und hier gehe ich ein bisschen hoch. Auf 227, sowas in der Art. So, okay. Jetzt mache ich das gleiche nochmal mit dem Verlauf. Ich zeichne den also nochmal, ausgehend von hier nach rechts. Ich halte die Shift-Taste gedrückt, damit es waagerecht geht. Und jetzt habe ich hier sowas. Ich sehe also diesen Vorhang jetzt noch so ein bisschen dadurch. Und hier sehe ich eigentlich auch noch immer Spiegelung. So sieht das Ganze in der Maske selbst aus. Jetzt kann ich nochmal zurückgehen. Und gut ist. Ich drücke mal STRG-D, um die Ameisen wieder wegzubekommen. Jetzt ist das vielleicht schon gut. Denken Sie dran, Sie können die Masken-Deckkraft selbst nochmal unterregeln mit diesem Regler hier oben in der Maskenpalette. Und damit wird das Spiegelbild dann wieder etwas stärker, je nachdem, was Sie möchten. Ich werde aber gleich noch dafür sorgen, dass die Raumflächen dahinter etwas prägnanter werden. Das mache ich, indem ich diese Zeichnung hier sozusagen oder diese Ebene auffällen werde. Genau in den Bereichen. Auch da werde ich die Fenstermaske benutzen. Aber der erste Schritt ist getan. Wir haben also jetzt eine Überblendung zwischen spiegelnden und transparenten Flächen. Der wichtigste Schritt sozusagen. Das, was ich eigentlich erreichen wollte, das, was mir zunächst einmal in Vectorworks selber nicht gelungen ist, gelingt jetzt in Photoshop doch relativ leicht.